Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 51.500 US-Dollar, wenig Veränderung das ganze Wochenende über. Wir bewegen uns weiterhin in unserer Range mit weiterhin auch sinkenden Handelsvolumen. Das wiederum führt aber dazu, dass die Altcoins ein bisschen mehr abgehen. Vor allem Ethereum hat in den letzten Tagen deutlich, deutlich zugenommen, hat die Marke von 3.000 Dollar ohne Probleme überwunden. Und hier haben wir auch noch deutlich mehr Handelsvolumen als momentan bei Bitcoin. Und die anderen Altcoins, ja, dümpeln so ein bisschen rum, manche pumpen, manche nicht. Also halbe Altcoin-Season ist es auch noch nicht wirklich. Kann ja noch kommen, auf jeden Fall. Diese Woche wird es sehr, sehr spannend werden. Einerseits natürlich, wie wir hier aus dieser Range ausbrechen, entweder nach oben, dann haben wir aber noch massiven Widerstand vor uns. Oder wir kriegen endlich mal die vorhergesehene Korrektur, auch wenn ich irgendwie immer noch nicht so wirklich dran glaube. Wir werden auf jeden Fall dann gleich nochmal Ethereum natürlich angucken. Wir werden auf die Forex-Märkte gucken, weil sich da auch beim Euro, da haben wir gestern nochmal in der Telegram-Gruppe, aber da hat mich Micha ein bisschen drauf hingewiesen, können wir noch den einen oder anderen Trade auf jeden Fall eingehen. Und dann werden wir nochmal ganz kurz auf die Stock-Märkte drauf gucken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier noch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung, wenn ihr darauf Bock habt. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das Ganze traden wollt, ob Stocks, Forex, Krypto etc. pp. auch natürlich Spot kaufen wollt, kann ich nur meine Partnerbörse Bing es empfehlen. Dort kriegt ihr weiterhin, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, ein Bonus-Trade von 50 USDT. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 51.500 US-Dollar. Ihr seht, es hat sich über das Wochenende sehr, sehr wenig getan. Wir rangeen hier weiterhin. Die Range geht von knapp 53.000 bis ca. 50.500 US-Dollar. Das ist momentan so ein bisschen unser Block, den es einerseits zu halten gibt oder natürlich nach oben oder nach unten hin zu verlassen. Meiner Meinung nach wäre immer noch das wahrscheinlichste Szenario, dass wir mindestens einen Abverkauf sehen, zumindest mal 10% Dump, einfach um die ganzen Longs, die sich hier unten langsam aufgefüllt haben, endlich mal aus dem Markt zu spülen, bevor wir dann möglicherweise sogar weiter nach oben hin pumpen können. Was mir natürlich nicht gefällt, und da hatten wir am Wochenende schon mal ein bisschen so das Thema, das sind die ganzen Insider-Verkäufe, die derzeit an den Aktienmärkten passieren. Wir hatten das Amazon verkauft, Meta verkauft und noch ein paar andere. Ich glaube, JP Morgan war jetzt auch am Freitag noch, wo ein bisschen Aktien verkauft hat. Natürlich kann es sich hierbei nur um Gewinnmitnahmen handeln. Das ist das Gleiche, was ich jetzt letzte Woche mit Bitcoin gemacht habe, oder halt die letzten zwei Wochen mal 10% Bitcoin verkauft, mal hier ein bisschen verkauft. Und solange es nicht auf deinem Konto ist, beziehungsweise du es nicht in USD-Tether, dann umgewandelt hast, sind es natürlich noch reine Buchgewinne. Muss jedem klar sein. Und das kann natürlich auch an den Aktienmärkten passieren, die sowieso sehr, sehr überhitzt sind, meiner Meinung nach, da einfach mal ein bisschen Luft rauszunehmen und dann zu schauen, was passiert. Oder es sind wirklich hier Insider-Verkäufe, die schon wissen, okay, früher oder später wird das Ganze den Krachen. Ich meine, wir haben jetzt auch Halving. Es gab bisher immer statistisch vor dem Halving noch eine Korrektur. Das Halving ist jetzt in knapp, ich glaube, zwei Monaten. Ich glaube, 10. April oder sowas. Also es sind sogar nur noch eineinhalb Monate rum. Da kann jederzeit noch irgendwas passieren, dass es von heute auf morgen mal 10, 20% einfach nach unten hinkrachten. Die Konsolidierung, die wir hier jetzt schon etwas länger haben, ich bin kein Fan davon. Natürlich, wir kriegen eine Korrektur im RSI, wenn wir uns das mal auf dem Daily-Timeframe ganz kurz angucken, nach diesem impulsiven Pump hier von 43k bis hoch auf 53.000 US-Dollar. Wir haben immer noch einen sehr, sehr hohen RSI. Also daran ändert nichts. Etwas Hoffnung macht natürlich hier, dass wir hier extrem viel Volumen haben. Dieses Volumen kann natürlich auch abgeholt werden, früher oder später. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass wir zwischen 45.000 und 43.000 US-Dollar dann irgendwo dann auch erst einmal einen Halt finden. Umso länger sich das Ganze zieht, meiner Meinung nach. Das heißt, umso langsamer auch diese Korrektur dann stattfindet, desto weniger gehe ich auch natürlich davon aus, dass wir Richtung 28 gehen. Die 35 aufgrund des Abtrends sind aber immer noch für mich das persönlich wahrscheinlichste Szenario, wo ich dann auch immer, immer weiter einkaufen werde. Also, wir können diesen RSI noch ewig lange halten. Ihr seht es hier drüben, da waren wir auch über, wenn wir uns das mal angucken, 23. Oktober bis 12. November. Das heißt, knapp drei Wochen waren wir auf so einem sehr, sehr hohen RSI-Niveau. Wenn wir uns das hier mal angucken, 9. Februar, das geht jetzt schon bis 25. Also auch hier sind wir jetzt schon drei Wochen. Dann kam oder sollte normalerweise eine Korrektur kommen. Hier haben wir dann immer so leichte Spitzen nach unten bekommen, weil so ein 10% Dump ist. Das kann jederzeit passieren, ist auch nicht wirklich ungewöhnlich. Und da werde ich dann auch natürlich wieder BTC einkaufen. Ansonsten, wie gesagt, die Range gilt momentan. Da gibt es auch für mich persönlich wenig zu traden. Ich gucke mir das Ganze an. Ich hoffe persönlich weiterhin, und das ist ja der Weg, den wir letzte Woche schon eingeschlagen haben, dass wir hier nochmal hochkommen Richtung 53.800, hier oben Short-Position abholen und dann wirklich diese 10% Korrektur machen hier runter. Und dann können wir von mir aus auch weiter Richtung All-Time-High weiter pumpen. Ist mir ehrlich gesagt Wurst. Hauptsache Korrektur müsste meiner Meinung nach immer noch kommen. Natürlich kann der Markt immer länger irrational bleiben, als er normal bleiben tut. Aber wir warten jetzt erstmal hier ab. Wie gesagt, das ist große Buy-Zone für mich derzeit. Diese Range hier unten, wir können es auch noch ein bisschen so weiter hoch machen, aber das sind für mich die zwei Zonen, wo ich auf jeden Fall wieder meine 10% wahrscheinlich in den Markt reinschmeißen werde. Ansonsten, wie gesagt, tut sich derzeit wenig. Für mich Short hier oben, Long-Position sehe ich weiterhin nicht hier erst einmal zu verdoppeln. Mal ganz kurz auf die Funding-Rates zu gucken, die wieder etwas angestiegen sind jetzt über das Wochenende. Also da auch langsam eher so ein bisschen für mich Korrektur-Potenzial, welches es gibt. Wenn wir mal so die Vergleiche anstellen, wir sehen deutlich, dass das Funding jetzt in den letzten Tagen wieder deutlich zunimmt oder in den letzten zwei Wochen. Es kann natürlich auch hier über längere Zeit steigen, aber auch hier haben wir gesehen, okay, nach drei, vier Wochen, da kam dann die ordentliche Korrektur. Also das sollten wir jetzt mal in den nächsten Tagen in den Augen behalten. Open Interest weiterhin eher ansteigend, ansteigend, anstatt abnehmend. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum mal, schauen uns das mal ganz kurz an. 3.100 US-Dollar, also hier haben wir die 3.000 US-Dollar-Marke komplett einfach mal hops genommen. Nächster Widerstand liegt jetzt hier wirklich erst bei 3.300 US-Dollar. Und sollte Bitcoin jetzt nicht korrigieren, ist das für mich jetzt auch die nächste Zielzone hier oben, die 3.300 US-Dollar. Natürlich der jetzige Pivot, wir haben diese Woche, beginnt ja schon der März, 3.300 US-Dollar hier oben. Dort liegt der nächste Pivot. Wir haben bei 3.360 dann das übergeordnete Golden Pocket, wo wir bei Bitcoin auch schon sind. Das heißt, bei Ethereum würde jetzt einfach nur nachziehen und sich hier einfach dieses Level nach oben hin holen. Also das für mich dann auch größere Short-Cluster, wo ich ehrlich gesagt hoffe, wir holen uns dieses Level noch. Von mir aus kann er jetzt Richtung 3.300 US-Dollar durchpumpen, weil wir hier jetzt keine signifikanten Widerstände mehr haben, die es abzuholen gibt. Deswegen jetzt lieber Richtung 3.300 US-Dollar und dann von hier aus hier oben können wir dann einen schönen Short-Trade meiner Meinung nach hier oben wagen mit dann einer möglichen Korrektur auch von 10, 20 Prozent, so wie wir sie bei Bitcoin derzeit oder so wie ich sie derzeit bei Bitcoin ehrlich gesagt erwarte. Mehr gibt es hier auch nicht. Wer long ist, nimmt Profite. Ansonsten Short für mich erst hier oben dann in den Bereich der 3.300 US-Dollar für möglich. So, dann rüber zu Gold. Wenn ich schon keinen Marktausblick mache, will ich auf jeden Fall den Rest hier erst einmal zeigen. Also Gold, nächsten Take-Profit erreicht. Also wir haben endlich hier diesen Pivot erreicht. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, zweiter Take-Profit von unserer Long-Verdopplung wurde hier jetzt erstmal abgefischt. Den dritten würde ich dann hier oben erst bei 2070, 2080 nehmen. Da werde ich euch aber auf dem Laufenden halten. So, hier haben wir ja gesagt, wir haben auch noch die Short-Position offen. Und die möchte ich jetzt auf jeden Fall heute im Laufe des Tages, ich hoffe, dass wir jetzt im Laufe des Tages hier nochmal hochkommen, weil das war jetzt Freitagabend. Da habe ich ja auch selber nicht mehr auf dem Chart geglotzt. Ich hoffe, dass wir uns diese Liquidität hier oben nochmal holen. Das heißt, wir gehen hier nochmal ganz kurz hoch an diesen Pivot, testen diesen Bereich. Und dann würde ich gerne die Short-Position, die wir bei 2080 US-Dollar aufgemacht haben, würde ich gerne verdoppeln, weil dann haben wir einen Entry von 2060, würde aber dann trotzdem den Stop-Loss hier über diese Wigs legen. Das heißt, hier bei 2070 ungefähr lassen, aber da werde ich dann nochmal in der Telegram-Gruppe Bescheid geben. Ansonsten, das ist jetzt erstmal der Plan für Gold. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Zweiter Take-Profit oder insgesamt, glaube ich, jetzt der 12. oder 13. von dem Long, den wir bei Gold offen haben. Also der läuft auf jeden Fall. Also DAX, Finger weglassen, für mich momentan einfach kein Short. Wenn, dann gehe ich momentan eher wieder Richtung Dow Jones, wo ich hier warte. Aber auch da sind mir die Märkte einfach komplett zu überhitzt. Ich würde einfach momentan noch die Finger davon lassen, hier irgendwas zu shorten. Luft ist theoretisch hier wahrscheinlich sogar noch bis 40.000 Punkte. Dann habe ich euch ja gesagt, es gibt ein kleines Setup oder ein mögliches Setup, was wir traden könnten. Und das ist der Euro. Danke nochmal an Micha, der mich gestern darauf aufmerksam gemacht hat. Wäre Idee hier unten bei ungefähr 1,077 Euro. Dort liegt das Golden Pocket. Wir haben hier die schöne Ineffizienz. Wir haben hier oben noch einen längeren Wig. Das würde bedeuten, entweder wir kriegen hier noch das Short-Szenario, dass wir hier erst nochmal hochgehen in Richtung 1,089 Euro. Dass wir uns die Liquidität hier oben holen und dann erst runter gehen. Oder wir gehen gleich den Weg nach unten hin in das Golden Pocket, was für mich dann auch die Long Area wäre. Und dann einfach den Trend nach oben hin fortsetzen. Würde einen schwächeren Dollar bedeuten. Aber gut, heißt jetzt auch nicht, dass die Märkte dann einfach weiter steigen müssten. Aber das wäre so das Setup für diese Woche auf jeden Fall. Also 1,077 Euro würde ich gerne mal im Blick halten im Laufe des heutigen Tages. Passt perfekt. Ineffizienz, Golden Pocket und einigermaßen viel Volumen. Und wir hatten hier auch etwas Struggle, wenn wir uns das vorher hier mal angucken in diesem Bereich. Also es würde schon sehr, sehr gut passen derzeit. Und was ich auch noch ganz kurz ansprechen wollte, Uniswap ist ja extrem gepumpt. Ich habe mal das Altcoin-Update-Video von vor einem Jahr nochmal geguckt. Das ist jetzt wirklich schon ein Jahr alt. Also auch da, nehmt bitte Profite. Guckt euch das Video nochmal vor einem Jahr an. Vielleicht binde ich das euch hier oben nochmal ganz kurz ran. Guckt euch die alten Altcoin-Update-Videos an, wo unsere Einstiege waren. Nehmt Profite und sowas. Ich werde jetzt hier nicht jeden Tag irgendwelche dummen Altcoin-Videos machen. Nur um euch nochmal im FOMO reinzureiten, habe ich keinen Bock, wisst ihr. Aber schaut euch auf jeden Fall gerne die alten Videos an, wo wir eingekauft sind, wo die Take-Profit-Zonen sind und sonst was. Aber ich werde jetzt nicht zu jedem Altcoin, der jetzt hier irgendwie pumpt, noch ein Video machen. Also das schauen wir von meiner Seite. Ansonsten würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns dann eventuell später oder dann spätestens morgen früh wieder. Und ja, wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen, macht euch nicht zu viele Gedanken und hoffen wir auf eine erfolgreiche Woche. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.